naja egal wir müssen wieder hier in diese stadt wir müssen wieder hier eine freischaltungsquest machen die sagt uns hey red mal mit dem und dem gehen wir da und dahin und das machen wir dann auch wieder da jetzt rüber ok also safe weiß anstatt dass er sich halt die waffen und so weiter holen was man bekommt sind sogar mehrere bosse an die waren eben noch nicht an als ich geguckt habe da habe ich nur den aktiv gesehen ja es hat alles in den pvp-zonen kompletter trash so bekommt halt keine energie wenn sich die leute da gegenseitig töten und ich habe zwei bosse inzwischen zeit schon mitgemacht und beide wurden nicht geschafft obwohl da steht hey das ist für level 30 easy loot und so weiter keine chance einfach der boss du hittet dich einfach heißt danke dass den weiten weg hier rausgekommen bist ich frage nicht komm sein drüber da steht das ist eine echte erleichtern ok umdrehen aber das ist was dass du vom mount aus interagieren kannst ohne abzumauten das ist was halt was bei final fantasy 14 fehlt für die findet sich 14 ist ja jedes mal wenn du was anquatscht bist du abgemautet wenn sie das übernehmen könnte das wäre so gut verraten stehen bleiben natürlich ist der hier vorne auf einmal einfach verschwunden also wer es ja nicht mitbekommen hat hier gibt es hier gab es ein vulpin spion und die haben halt ein passwort gehabt um spion auszuschließen und er hat natürlich eben das falsche passwort gesagt deshalb wussten wir dass er der spion ist genau hier kann man auch so ein boss aktiviert der ist denn hier unten so wird das halt nichts auf dem server dass irgendwelche leute irgendwelche cooles equip kriegen wenn das alles immer nur bekämpft wird ja das muss schon wieder level 40 werden für nicht mal drei minuten was machen ok und dann geht es später nach da oben ja ähm oh hier ist hey das wollte ich machen es war wie so eine katzen quest ähm statu 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 bin ich ist die ist hier keine statu das sehe ich jetzt nicht weil vor die meisten größeren städten ist ja immer diese statu also diese steintafel zum anquatschen scheint hier nicht zu sein schade ja ja guck mal das hier der katzen rätsel muss ich sowieso dann warten bis die katze wieder da ist bevor ich das machen kann ok dann sehen wir uns gleich nach einem cut wieder wenn ich das level ab geschafft habe ähm also bis gleich so und genau der äh stein der zu diesem kleinen mini dorf hier gehört ich habe bin ja hier rumgelaufen habe den hier gesucht gehabt der steht hier hinten also hier bekomme ich jetzt auch noch mal ein bisschen xp 3,2,1 so und das ist das was ich jetzt an grinding gemacht habe mit den quests und wir schauen mal wie viel wir brauchen links unten äh wir brauchen 2,8 millionen und 2,1 haben wir jetzt heißt äh noch 700.000 noch 733.000 heißt für mich ich suche mir mobs die ungefähr so 2000 xp geben plus minus und muss dann 360 mobs davon noch jetzt töten damit wir das level abhaben damit ich wieder 2,3 minuten story bekomme damit die story uns dann hier wahrscheinlich ins nächste 40er gebiet schickt oder so nur damit ihr das mal so seht falls ihr euch entscheidet ihr das game selber mal zu spielen das kommt ab level 37 auf euch zu bei 37 müsste ein bisschen was zu fahren 38 müsste ein bisschen was zu fahren bei 39 bis ihr level 50 erreicht müsst ihr jedes level immer was durch mob grinding zu fahren ok dann mache ich das jetzt noch wird noch ein stündchen dauern ungefähr und dann nach einem cut geht es mit der story weiter das ist jetzt anderthalb tage später bis zu der aufnahme genau und jetzt geht die richtige geschichte erst wieder weiter vorher war ja wir stellen die so ein paar wir stellen die so ein paar sachen vor weg pin das ab danke und wir müssen jetzt ich habe praktisch jetzt einfach nur hier so in dem gebiet gefarmt für erfahrung und jetzt dürfen wir ins nächste gebiet ja you reached your destination danke what would you have done all by yourself if you were hurt along the way sagt die die hier alle näher glauben es wahrscheinlich you shouldn't act on your own too often oh chief commander void is looking for you we're in front of the wall now i'd like to go over our plan in detail before we begin the manna wall investigation dann erzähl mal ja ich warte dass er was irgendwas erzählt i'd like you to defeat those monsters genau lass mich mal der unterlevelt ist und die monster gar nicht trifft lass den mal vorgehen es ist nichts zu sehr, aber ich habe noch nie gesehen BOTAS für ein langes welcher von lieutenant erscheint und dann bitte raus und na die art von lieutenant die verräter ist vielleicht so ein bisschen da guck ich habe es gewusst kathenowice und wohl hab ich es gesagt hab ich ja das mag mich nicht ja 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 es ist auch das mag mich nicht ja 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 Da steht die Steintafel hier innen drin. Hier ist das Erholungsding. Ich hasse das. Warum stellen sie diese komische Tafel nicht einfach direkt am Eingang hin? Warum hast du keine höheren Tränke? Gibt es keine Level 40 Tränke zu kaufen? Das ist schlecht. Gucken. Jetzt muss ich diese olle Steintafel wieder suchen. Schrecklich. Am letzten Mal stand ja sogar außerhalb des Dorfes. Quatschen wir jetzt mal noch kurz. Bautas war mit den Vulpen-Soldierern. Erinnerst du, wie die Vulpen-Soldierer standen, wobei wir ein nahes Blick auf Bautas halten. Die Räume sind endlich aufgerufen. Komm, sieh mich. Jawohl. Drei Monster hier zu müssen. Wie soll ich denn hier eine Quest drin machen? Was er gerade gesagt hat, steht hier gar nicht. Die Worte sind die Filme-Soldierer standen. Die Filme-Soldierer standen. Sie sind die Konsequenze handelt, die wir sehen uns zur Fahrtれている. Die Dämpfe ist jetzt langsam bis jetzt, Es ist Zeit, die Untersuchung der Manor-Wall in Form zu beginnen. Komm, sieh mit mir! Die Manor-Wall. Bevor wir zu anderen Mitgliedern, lasse ich die Manor-Wall. So, das ist die Manor-Wall. Ich kann es sensen, dass es eine enorme Kraft ist, nur indem sie sich anschauen. Also diese Walle ist Teil der Manor, die aus Elyon kam, korrekt? Entschuldige, was ich gerade gesagt habe. Lass uns diese Untersuchung machen, bevor es zu late ist. Genau, schießt damit irgendwas drauf. Es geht bestimmt nicht schief. Call it. Kann ich... Wann war das jemals eine gute Idee? In welchem Film? In welchem anderen Spiel? Äh... Tja, ich weiß. Nevermind. Habt ihr das Sample? Lut. 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 Was hat bis dahinten geknallt? Ich habe bald nicht zu entfernen. Aber die anderen? Ich rieche... Wie wäre es mal halt so mit 128.000 Erfahrungen und nicht nur 28.000? Ich brauche dir ein Wort mit dir in privaten. Meet me, bevor du zum Foto gehst. Ich bin langsam kompliziert mit dir. Bist du jetzt gut oder böse? Sag mir nicht, du hast deine eigene Agenda, sonst ist es vorbei. Spreche nicht mehr mit dir. Halt, stopp, was ist hier los? Ich ignoriere die Leute. Ich kann nicht ignorieren, schade. Halt, stopp, was ist hier los? Halt, stopp, was ist hier los? Oh nein, er wurde verprügelt. Und erschossen. Loll, hallo, er hat Cash Shop Wings an, so aber nicht. Der hat reingepaid. Aha. Aha. Der hat ordentlich in sein Outfit reingepaid. Ich habe das gesehen. Da. Die hatte er. Er hat reingepaid. Sauerei. Uff. Ähm. Wie erzähl ich das jetzt der Tochter? Ähm. Hallo? Lebst du noch? Du hast keine Beule in der Rüstung. Du müsstest noch gut gehen. Schwierig. Ah. Don't be alarmed. These are... my friends. Die sind nicht hier, um zu kämpfen, also entspannlich. Ich habe dir gesagt, ich hatte etwas zu dir zu sagen. Erinnerst du? Ich glaube, du verstehst, was hier vor sich geht. Also, lass mich direkt zum Punkt kommen. Wie wir jetzt... Haha. Ever since you fell to the Grey Mountains and told us you were from the Inventus, I've kept my eye on you. Hmm. Someone as valuable as you is better suited to the Vulpen Parliament, not the Ontario Union. If you're really from the Inventus, if, even more importantly, you remember the name of the Neyshaar Royal Family, you belong with us. Even if Hearth receives unlimited manor, what good will it bring if there is no order and honor? Just think. The fate of this world is entirely in your hands. Hä? Ich kann auch einfach gehen und ihr könnt euch gegenseitig töten. Damit hab ich nix zu tun. Junge! Ich habe schon gedacht, so seit Level 37. Ah, Story ist jetzt nicht mehr so. Wir decken nur noch Gebiete auf. Und jetzt auf einmal BÄÄM! Mord und Totschlag. Ich sehe, zu denken. Wir müssen jetzt die Schlüssel mit unseren eigenen Händen destruieren. Wir müssen jetzt in Lucas überleucen... ... und في Utah ... Wir müssen die Schlüssel rein, also sehr steck bringen. doppelt nicht HD? Wir müssen wir natürlich nicht die 다음에 hinab щél drauf hive. Wir müssen die Schlüssel- détccontorben. Wir müssen die Schlüssel- Was hat er denn noch gemacht gerade? War die ihm langweilig oder so? Er kann irgendwelche... Jetzt hoffe ich verliere, nix da. Er nervt mich hart. Gerade. Jetzt haben wir rangeziert, Tank-Bastard. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Warum habt ihr nicht beim Kampf geholfen? Ja, jetzt nicht heulen. Vater, wach auf! Vater, bitte! Du kannst mich nicht so wie das! Ich... Ich hatte nie die Chance. Ich könnte noch nichts für dich tun. Es kann nicht sein. Kommandär Rahan. Gott, wir sind endlich begonnen zu verstehen, die Manawall. Wir können nicht den Kommandär wie das. Wir müssen ihn in den Fohol. Wir werden nicht einen großartigen General wie ihn in der Flur. Ich bin neuer Kommandär, habe ich gehört. Ich bin neuer Kommandär, habe ich gehört. Ich bin ein Wurzeltradfahrer. Wir brauchen eine Wurzeltradfahrer. Ich bin ein Wurzeltradfahrer. Ich bin ein Wurzeltradfahrer. Okay, jetzt sind wir hier unten. Jetzt bin ich wieder schuld. Vielleicht waren das eure Maschinen. Nur kein Druck. Ja, wir sehen uns, wenn ich Level, keine Ahnung habe. Die ganze Zeit, Junge. Die ganze Zeit. 28.000 Erfahrung. Wir haben jetzt nicht mal 2% vom Level gemacht. Wäre das so schwer gewesen, nach der Story-Quest irgendwie so ein halbes Level zu haben oder so? Uff. Okay. Okay, aber wenigstens haben wir jetzt wieder gute Story bekommen. Wollen wir ein bisschen was erfahren. Sind ein NPC losgeworden. Ähm. Haben ein bisschen Dungeon gemacht. Ja, und dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich habe hier jetzt Nebenquests zum Leveln, auf jeden Fall. Dann ist das Gebiet jetzt praktisch auch für diese Questbrief-Nebenquests dann auch verfügbar, nehme ich mal an. Ja. Sieht so aus. Okay. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ja.